Liebe Freundinnen des allgemeinen Verwaltungsrechts, in unserem heutigen Video beschäftigen wir uns mit den formellen Anforderungen an Verwaltungsentscheidungen, besonders mit dem Verwaltungsverfahren. Bei staatlichen Maßnahmen ist nämlich zwischen inhaltlichen, also materiellen, und den Weg zum Handeln betreffenden, also formellen Anforderungen zu unterscheiden. Auf Verfassungsebene, besonders für das Handeln des Gesetzgebers, kennen Sie das bereits aus dem Staatsorganisationsrecht. Entsprechend ist auch im Verwaltungsrecht stets neben der materiellen auch die formelle Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns zu prüfen. Schlagwortartig zusammengefasst geht es um Zuständigkeits-, Verwaltungsverfahrens- und Formerfordernisse. Besonders wichtige Beispiele sind Ihnen in früheren Videos bereits mehrfach begegnet, nämlich als Verfahrensanforderung die etwaige Notwendigkeit einer vorherigen Anhörung des oder der Betroffenen, sowie als Formerfordernis die Begründung eines schriftlichen Verwaltungsakts. Handelt es sich bei solchen formellen Hürden nicht bloß um zeitraubenden bürokratischen Formalismus? Kommt es für den Bürger, wie ein früherer Bundeskanzler einmal formuliert hat, nicht letztlich nur darauf an, was hinten rauskommt? Gewiss zählt für die Betroffenen in allererster Linie das Ergebnis. Doch sollen formelle und besonders Verfahrensanforderungen günstige Rahmenbedingungen gerade dafür schaffen, dass die abschließenden Sachentscheidungen rechtmäßig getroffen und etwaige Entscheidungsspielräume durch die Verwaltung möglichst sachrichtig ausgefüllt werden? Insbesondere muss die Verwaltung erst einmal den Sachverhalt richtig ermitteln und so das notwendige Wissen generieren. Man spricht insoweit von einer instrumentellen oder auch dienenden Funktion des Verwaltungsverfahrens. Daneben kann das Verfahren allerdings einen gewissen Eigenwert auch unabhängig vom Ergebnis nicht instrumentell gewinnen. Etwa durch Verbesserung der Akzeptanz der Sachentscheidung, durch vorherige umfassende Bürgerbeteiligung. Welche negativen Konsequenzen es hat, wenn dies nicht gelingt, sehen wir etwa an Stuttgart 21. Zunächst einmal muss die Zuständigkeit eingehalten werden. Dies soll im Sinne der instrumentellen Verfahrensfunktion sicherstellen, dass die fachlich kompetente Behörde tätig wird. Es gibt zwei Zuständigkeitsebenen, wobei die zweite weiter unterteilt werden kann. Als erstes muss die richtige Gebietskörperschaft gehandelt haben. Man spricht hier von Verbandskompetenz. Zweitens muss innerhalb der zuständigen Gebietskörperschaft die richtige Behörde tätig geworden sein. Das nennen wir Organkompetenz. Und dabei ist wiederum zwischen sachlicher und örtlicher Zuständigkeit zu unterscheiden. Sachliche Zuständigkeit meint die richtige Fachbehörde. Rufen Sie sich hierzu gegebenenfalls die Ausführungen zur Behördenstruktur im Skript noch einmal in Erinnerung. In den Verwaltungsverfahrensgesetzen ist nur die örtliche Zuständigkeit subsidiär allgemein geregelt. § 3. Die jeweilige sachliche Zuständigkeit bestimmt sich ausschließlich nach dem jeweiligen Fachgesetz oder allgemeinen Organisationsgesetzen des jeweiligen Bundeslands. Im Außenverhältnis zum Bürger irrelevant und keine Rechtmäßigkeitsvoraussetzung und deshalb auch nicht von Ihnen zu prüfen, ist demgegenüber die dritte Frage, welche Abteilung und welcher Amtsträger innerhalb der Behörde nach der verwaltungsinternen Organisation zuständig ist. In der Fallbearbeitung genügt zur Zuständigkeitsfrage normalerweise eine kurze Feststellung unter Nennung der einschlägigen Vorschriften. Nur ganz selten gibt es dort Problemfälle. Weit größere Bedeutung besitzen die Anforderungen an die Verfahrensgestaltung im engeren Sinne. Nach § 10 VWVFG ist das Verwaltungsverfahren im Regelfall nach Ermessen der Behörde möglichst einfach und zweckmäßig zu gestalten, also weitgehend formlos. Gewisse Flexibilität besteht schon bei der Entscheidung über die Einleitung eines Verfahrens und mehr noch bei der Ermittlung des Sachverhalts. Das Verwaltungsverfahrensgesetz enthält nur wenige zwingende Vorgaben, beispielsweise zum Ausschluss von Amtsweitern wegen Befangenheit. Mit Abstand die größte Bedeutung besitzt die vorherige Anhörung. Sie ist nach dem Wortlaut von § 28 Absatz 1 VWVFG doch nur unter engen Voraussetzungen geboten. Erstens nur vor Erlass eines Verwaltungsakts, nicht bei anderen Handlungsformen. Zweitens nur bei einem Eingriffsakt, nicht bei der Versagung einer Begünstigung. Drittens schließlich nur bei einem Beteiligten im Sinne von § 13 VWVFG und damit regelmäßig nur beim Adressaten des Verwaltungsakts. Umstritten und in der Vorlesung zu vertiefen ist, inwieweit der Anwendungsbereich von § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zwecks effektiven Grundrechtsschutzes – auch dies eine instrumentelle Verfahrensfunktion – ausgedehnt werden muss. Weitgehend unstrittig ist jedenfalls, dass die Anhörung über den Wortlaut hinaus nicht nur zu entscheidungserheblichen Tatsachen, sondern auch zu damit eng zusammenhängenden Rechtsfragen geboten ist. In den Fällen des Absatzes 2, die nach dem Wortlaut nicht abschließend sind, kann eine Anhörung entbehrlich sein. Das ist aber nicht automatisch der Fall. Vielmehr muss die Behörde im Einzelfall eine Abwägung zwischen den gegenläufigen Interessen vornehmen, wobei sie über einen gewissen Spielraum verfügt. Insbesondere ist bei besonderer Eilbedürftigkeit gemäß Nummer 1 zu berücksichtigen, dass eine Anhörung in einfach gelagerten Fällen wegen der grundsätzlichen Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens auch mündlich, etwa telefonisch, erfolgen kann. Demgegenüber finden sich für förmlichere Verfahren umfassendere Beteiligungsvorschriften. Nach Spezialgesetzen sind teilweise auch andere Behörden oder Verbände anzuhören und in anderer Form zu beteiligen. Formvorschriften sind im allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht schon wegen der grundsätzlichen Nichtförmlichkeit selten. Insbesondere muss das Verfahren im Regelfall nicht zwingend schriftlich durchgeführt werden, wie § 37 Absatz 2 VfG für den verfahrensabschließenden Verwaltungsakt deutlich macht. Wenn jedoch ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt erlassen wird, bedarf er grundsätzlich einer Begründung. Das ist neben der Anhörung die mit Abstand wichtigste formelle Rechtmäßigkeitsvoraussetzung. Die Begründung dient zum einen der Selbstkontrolle der Verwaltung und damit instrumentell der Qualitätssicherung. Zum anderen soll sie dem oder der Betroffenen helfen, abzuschätzen, ob ein Rechtsmittel Aussicht auf Erfolg hat. Maßgeblich ist § 39 Absatz 1 VW VfG. Die Begründung kann sich nach Satz 2 auf das Wesentliche beschränken. Letztlich besitzt die Behörde einen erheblichen Spielraum, wie ausführlich sie die Begründung gestaltet. Soweit sie in der Sache allerdings über einen Entscheidungsspielraum verfügt, insbesondere ermessen, dazu mehr im nächsten Vorlesungsteil, dann muss die Behörde nach Satz 3 ihre Erwägungen zusammenfassen, warum sie ihren Spielraum so und nicht anders ausgefüllt hat. Bitte beachten Sie dabei, bei der Begründungspflicht als bloßem Formerfordernis kommt es nur darauf an, dass eine hinreichend substanzielle Begründung gegeben wurde, deren inhaltliche Richtigkeit und Überzeugungskraft ist hier zunächst gleichgültig und kann nur bei der materiellen Rechtmäßigkeit Bedeutung erlangen, nämlich bei der Überprüfung auf eventuelle Ermessens- oder Beurteilungsfehler. Dazu erst später in der Vorlesung und im Zusammenhang mit Spielräumen der Verwaltung. Grundsätzlich ist, anders als bei der Anhörung, jeder schriftliche oder formgleich elektronische Verwaltungsakt begründungsbedürftig. Ausnahmen enthält aber auch hier § 39 Absatz 2, anders als bei der Anhörung ohne Abwägung. Es handelt sich um Fallgruppen, in denen die Betroffenen nicht schutzbedürftig sind, Nummern 1 und 2, oder die Begründung in der Massenverwaltung, Nummer 3, beziehungsweise bei offenem Adressatenkreis zu aufwendig wäre. Zu den Formerfordernissen im weiteren Sinne mag man noch die Bekanntgabe eines Verwaltungsakts nach § 41 Verwaltungsverfahrensgesetz zählen. Doch ist dies keine bloße formelle Rechtmäßigkeitsvoraussetzung, sondern, wie bei Willenserklärungen im Privatrecht, eine Wirksamkeitsvoraussetzung, § 43 Absatz 1 VW VfG. Kein Formerfordernis, sondern schon nach dem Wortlaut materielle Rechtmäßigkeitsvoraussetzung ist dagegen die hinreichende inhaltliche Bestimmtheit gemäß § 37 Absatz 1 VW VfG. Anhand der genannten und gegebenenfalls weiterer einschlägiger Vorschriften lässt sich feststellen, ob gegen formelle Anforderungen beim Erlass eines Verwaltungsakts verstoßen wurde. Von dieser Frage, ob ein Fehler unterlaufen ist, strikt zu unterscheiden ist die nachgelagerte Frage, welche Rechtsfolgen der Fehler zeitigt. Insoweit sind die § 44 bis 46 Verwaltungsverfahrensgesetz einschlägig und in dieser Reihenfolge zu prüfen. Nach § 44 bestimmt sich, ob der Verwaltungsakt wegen eines Fehlers ausnahmsweise von vornherein nichtig und unwirksam ist. Normalerweise ist dies jedoch nicht der Fall. Bitte erinnern Sie sich an den Grundsatz der grundsätzlich eben fehlerunabhängigen Wirksamkeit als wichtige Funktion der Handlungsform Verwaltungsakt. Vielmehr ist der Verwaltungsakt bei bloßer Rechtswidrigkeit nur auf die Klage eines Betroffenen hin aufhebbar. All dies gilt nicht nur für formelle, sondern auch für materielle Fehler. Wir behandeln auch dies in der Vorlesung. Wenn der Verwaltungsakt nicht nichtig ist, kann ein Verfahrens- oder Formfehler nach § 45 Abs. 1 VWVFG durch Nachholung oder Korrektur des Versäumten geheilt werden. So kann beispielsweise eine versäumte Anhörung Nr. 3 oder eine unterlassene Begründung Nr. 2 nachgeholt werden. Dies ist nach § 45 Abs. 2 bis zur letzten mündlichen Verhandlung in der letzten Tatsacheninstanz, also nicht mehr in der Revision beim Bundesverwaltungsgericht, möglich. Nach gelungener Heilung ist der Verwaltungsakt insoweit formell rechtmäßig. Dies ist deshalb auch dort zu prüfen. Die Heilungsmöglichkeit dient der Verfahrenseffizienz, denn sonst müsste der Verwaltungsakt aufgehoben werden und das Verwaltungsverfahren von Neuem beginnen. Wurde der Fehler nicht geheilt, kann er immer noch nach § 46 Verwaltungsverfahrensgesetz unbeachtlich sein. Beachten Sie, dass insoweit die abweichende Begrifflichkeit in § 45, wovon unbeachtlich die Rede ist, und § 46, wo der Begriff unbeachtlich gar nicht fällt, missverständlich ist. Nach dem klaren Wortlaut sind von § 46 freilich Verstöße gegen die sachliche Zuständigkeit von vornherein ausgenommen. Dass der Fehler im Sinne von § 46 VWVFG die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat, kann zwei Ursachen haben. Erstens dann, wenn die Entscheidung rechtlich alternativlos war, also die Verwaltung mangels Spielräumen gar nicht anders in der Sache entscheiden konnte. Dies ist etwa bei der Baugenehmigung der Fall, sodass dort ein Verstoß gegen die Verpflichtung, belastete Nachbarn anzuhören, stets unbeachtlich bleibt. Zweitens und weitaus problematischer dann, wenn der Fehler so geringfügig war, dass davon ausgegangen werden muss, dass die Verwaltung einen vorhandenen Spielraum auch ohne den Fehler nicht anders ausgefüllt hätte, also zur gleichen Sachentscheidung gekommen wäre. Dies käme etwa beim Fehlen einer Begründung für eine teilweise Bewilligung einer beantragten Subvention in Betracht, wo die Verwaltung Ermessen besitzt. Die Reichweite dieser sogenannten tatsächlichen Alternativlosigkeit ist jedoch einfach gesetzlich und verfassungsrichtlich sehr unklar. Damit werden wir uns deshalb in der Vorlesung besonders ausführlich zu beschäftigen haben. Die Unbeachtlichkeit des Fehlers ändert nichts an der formellen Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts, sondern führt nur dazu, dass, wie der Wortlaut von § 46 deutlich macht, die Aufhebung wegen dieses Fehlers nicht begehrt werden kann. Außerdem stellt sich die Frage der Unbeachtlichkeit nur, wenn nicht schon andere Fehler zur Aufhebung des Verwaltungsakts führen müssen. Deshalb ist dies erst am Ende der Begründetheit zu prüfen, nach verbreiteter Auffassung als Teil der Rechtsverletzung. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob die Heilungsmöglichkeit noch im Verwaltungsprozess und die Unbeachtlichkeit trotz rechtlichen Entscheidungsspielraums der Verwaltung den gebotenen Grundrechtsschutz durch Verfahren zu sehr aushöhlen. Hier liegt ein Schwerpunkt in der Vorlesung. Fassen wir kurz zusammen. Neben der materiellen ist auch die formelle Rechtmäßigkeit einer Verwaltungsentscheidung zu prüfen. Darunter versteht man Anforderungen an die Zuständigkeit, das Verwaltungsverfahren und die Form. Am wichtigsten sind beim Erlass eines Verwaltungsakts beim Verfahren die vorherige Anhörung § 28 VWVG und als Formerfordernis die Begründung § 39 VWVFG. Wird irgendwo ein formeller Fehler festgestellt, ist auf der nächsten Stufe die Fehlerfolge zu prüfen. Führt der Fehler wie meist nicht zur Nichtigkeit des Verwaltungsakts § 44 VWVFG, so kommt zunächst eine Heilung des Fehlers nach § 45 in Betracht. Ist der Fehler nicht geheilt, kann er noch unbeachtlich sein gemäß § 46 VWVFG. Dies ist jedoch keine Frage der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts mehr, sondern der abschließend zu prüfenden Rechtsverletzung des Klägers. Soweit für dieses Mal. Lesen Sie die Vorschriften, die Sie im Video noch nicht voll nachvollziehen konnten, noch einmal in Ruhe im Gesetz nach. Näheres wie immer in der Vorlesung, wo wir uns hoffentlich wiedersehen. Zum Schluss. noget halten können wir wirklich nicht, zu有KN. Wie müssen Sie die Venschriften hochschilar hacerlo. coded O